Okay, willkommen zurück zu Lara Croft and the Temple of Aceres. Da, da, da. Wir zwei sind wieder hier. Am Start. Horus Porus und... Clara Loft. Clara Loft. Am Start. Oh yeah. Wir verständigen uns gerade mit Zeichensprache, damit ihr dieses blöde Geschwappel nicht hören müsst. Bluh, 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 bluh. Ich habe übrigens das Abzeichen komplett schon erstellt. Ich konnte gestern nicht widerstehen. Echt? Ich konnte nicht widerstehen. Du bist so ein Arsch. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso ich das sage, vor allem. Boah, ist so episch, wie die da rauskommen. Master Epic Manus. Ach, was hatten wir umgestellt? Ach, wir hatten den Regen abgestellt, ne? Oder? War das das? Regen haben wir gleich vorgemacht. Jetzt haben wir die Jahreszeit umgestellt. Ja, aber den Regen mussten wir doch ausstellen. Ja, dafür haben wir die Jahreszeit umgestellt. Ne, beides. Wir können Tag nach... Ja, ist wurscht, okay. Nach Jahreszeit wahrscheinlich noch Uhrzeit. Also wir haben, ich würde mal ausgehen davon, schon ziemlich viel vor dem Spiel. Ja, keine Ahnung. Scheiße, geht nicht kaputt. Er geht... Ähm, hier Stachelfalle, Bein, Bein und Zahnräder. Ich habe was, was du nicht hast. Soll ich dir sagen was? Dein Kostüm hast du nicht an, ja. Ja. So, ändern wir das jetzt mal. Oh. Huch. Warum wechselt er das immer bei dir? Keine Ahnung, er mag mich nicht. Okay. Soll ich dir sagen was ich habe, was du nicht hast? Ja. Warte mal. Like, Joe, like, Joe. Ich hatte doch auch sowas, ehrlich nicht, auch so ein Stab, ne. Du hast zwei Waffen. Wuuu. Wuuu. Like, Joe, come, Joe, 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 Joe. Lass uns mal gucken. Ja, sorry. Ähm, Pyramide müssen wir, wo ist die Pyramide? Da rechts, nach rechts müssen wir. Pyramide des Osiris. Ja, dann schauen wir mal hier zu diesen Statuen, die weisen uns einen Weg. Was ist das doch immer? Ja. Das Wasser hat neue Wege eröffnet, aber wie es aussieht, hat Osiris eine Vorliebe. Äh. Wo geht es denn dahin? Ist da ein Schädel? Äh, da war ein Schädel. Dann sollten wir den Großen lieber nicht enttäuschen. Okay. Tja, wir gehen mal hier hin, ne? Boah, es ruckelt. Oh. Lol. Was? Was? Alter. Seh es. Set. Ein herrliches Gefühl, ihn so wütend zu erleben. Nein, ist nicht so herrlich, wenn er blüht. Was? Was? Wie? Ein Feuerkroko. Ein Feuerkroko mit Feuerbesiegen ist nicht so schlau. Wo sind die mega schlau? Oh. Boah. Was? Mehrmals? Lol, weg. Sorry, mein Fehler. Aufpassen, Blitz. Ja. Beide, los. Jetzt. Yeah. Boah, Alter. Oh, Blitz. Ja, Blitz und Donner. Aber schön zu sehen, dass auch er angepisst sein kann. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Da. Lol. Das Wasser zieht sich zurück. Osiris ist bei uns. Es wird Zeit. Wollte schon sagen, also anscheinend hat der Tempel auch mehrere Etagen, weil hier geht's ja auch nochmal rein, oder? Oder mehrere Räume halt. Tempelabschnitte? Ja, später. Jetzt nicht, aber später. Später, wenn man die Tür aufgebombt hat. Äh, Scarabeus, da waren wir doch schon drin, oder? Weiß not. Ich dachte, wir gehen jetzt zum ersten Mal da rein. Vielleicht ist das auch nur eine Herausforderung. Ja, aber dann wäre es ein anderes Licht. Lol, was? Was? Grab der Capri. Das haben wir doch schon. Wiederholung steht da. Okay, ähm. Äh, ich will... Ne, wir müssen bereit und dann zurück. Ja, dann hauen wir wieder nach draußen. Ja, deine Mutter. Nein, Quatsch. Also, wir sind doch tatsächlich das erste Mal da. Äh, ne. Nicht das erste Mal. Ja, nicht das erste Mal. Mein Fehler. Ne, da oben. Ne, 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 ne. Da müssen wir nicht rein. Da waren wir nämlich dann auch schon. Hier unten führt uns der Weg hin. Ja, stimmt. Da, wo es leuchtet. Ich, Depp. Ja, da oben hat es auch geleuchtet. Aber ein... Lol. Ach, das ist noch Wasser. So ein bisschen so... Ich wollte schon sagen, wo ist das Wasser? Ich hab's nur übersehen. Boah, aber wie geil das aussieht, ey. Grab das so weg. Besiege Sobek in weniger als drei Minuten. Boah, fürs große Maschinengewehr. Natürlich. Füttere Sobek. Drei Zeitbomben auf einmal. Wir sind nur zu zweit. Zeitbomben vor allem. Ja. Ich glaub, das sind die großen Kugeln, wo wir schieben. Ja, möglich. Füttere Sobek mit eins seiner Diener. Okay. Zwei von drei können wir schaffen. Ja. Mit viel Glück. Boah, wie nice das aussieht, oder? Das sind die Sterblichen, die deinen heiligen Regen versieden ließen und deine Diener getötet haben. Zeig ihnen, wie er in Wahrheit seine Schulden begleicht. Mit der Kreditkarte. Ja. Warte. Lol. Ah, das ist ja die Megaschrotze, die hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Lol, was? Oh, wird lustig. Ja, super. Und go! Warte mal, ich muss mal Waffe wechseln. Fische. Das ist... Warte mal. Ich hab was Falsches... Ich hab's kaputt gemacht. Ja, du hast es kaputt gemacht. Da, im Wasser. Sobek. GroKo. Da kommt er wieder. Ja, super. Das ist das Gleichgewicht. Wir müssen auf dem Floß bleiben. Da! Ja, super. Ah, der Haken ist unser Ziel. Ja? Er ist doch dein Ziel. Null. Ah, da ist die Zeitbomben. Oh, oh. Da drüben ist sie. Okay, ich geh mal rein. Ne, warte mal. Da, da, da muss die hin. Wie? Ne, du, du, du die an. Die muss da rein. Kommt er. Hopp. Okay. Warte, warte, warte. Okay. Das war etwas weit. Kannst du das anhalten? Ja, ich versuch's. Denkst du, du packst es? Zum Teil. Mein Mann, sonst probier's mit der. So, los. Und jetzt draufballern. Oh, 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 oh. Draufballern. Wie draufballern? Baller du. So, jetzt schnappt er sich das. Ah, lol. Doch, wir können drei gleichzeitig. Natürlich. Wo sind die jetzt eine Lebensanzeige überhaupt? Äh, vielleicht müssen wir ihn nur bestimmt aufrufen. Das hat gesessen. Da ist er. Ah, Mann. Das ist unsere Chance. Wir müssen zu ihm schwimmen. Das ist der einzige Weg. Warte, Bombe. Du auch? Äh, okay. Wieso kann ich keine Bombe? Ah, jetzt. Okay. Okay, drei Zeitbomben. Das kriegen wir hin. Oh, nein. Alter, leck mich doch am Arsch. Pass auf, die können Blitze beschwören. Blitze beschwören? Denkst du, ich wollte nicht abhauen. Alter, leck mich doch am Arsch. Von wegen drei Minuten machbar. Nein, das war ein Fehler. Das war ein Fail. Äh, ja. Unten ist ein GroKo. Ah, komm, verarsch mich jetzt nicht. Blödsinn. So, warte mal. Meinst du, wir kriegen... Nein, 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 nein. Die fliegen in die Luft, oder? Nee. Komm. Meinst du, wir kriegen das hin? Ey, wir müssen uns hier hinkriegen, sonst kommen wir nicht weiter im Spiel. Ja, nee. Wir kommen schon weiter. Lol. Ah, Mann. Sag mal, ist ein GroKo hier nicht zeilig? Halt das Team mal auf. Ja, ich... Mal probier's. Sag mal. GroKo. Oh, nein. Also, das war ja nicht was. Ja, drin, drin, drin. Noch eine weitere. Komm schon. Scheiße, ich kann keine Waffe benutzen so lang. Ja, nicht so schlimm. Warte, warte. So, noch einen Schubser. Komm. Jetzt. Draufballern. Irgendwie. Komm, oben drauf. Anfahren. Nein. Ich halt's noch auf. Jetzt, jetzt, jetzt. Warte, warte. Mach du mal, mach du mal. Ich halt's noch wieder auf. Nein. So. Nein, die ist runter, die eine. Ah. Okay, vergiss es. Ja, so, wir gehen jetzt mal auf das Viech. Oder? Oder wollen wir's nochmal probieren dann? Wir können's danach nochmal probieren. Wo ist er? Ja, wo ist er? So. Warte, warte. Go. Okay, einen Versuch haben wir noch, oder? Ja, wir müssen uns aber auch nicht. Wir müssen uns aber um die Blitzdiener vielleicht. So. Ah, Mann. Ich geb mein Bestes. Leute, du bist doch ein Ego-Problem. Würde ich sagen, oder? Ja, du bist draufgegangen. Wie würdest du sonst das Problem für Coco beschreiben? So, da ist schon wieder so ein Blitz-Heini. Oh, Mann. So, warte. Stell dich mal mit dir. Lol, was? Wie? Okay, vergiss es. Dann schaffen wir's halt. Ich, ist auch egal. Eine. Komm, probier mal halt einfach mal. Jawohl! Na, das ist mal gezielt hier. So, ich warte hier. Hol du wieder eine. Ähm, das war's nicht schrecklich, du. Nein. Ja, klappt dann der Coco was. So. Ähm, ich bin draufgegangen. Warte, warte, warte. Warte mal, kann ich's mit reinholen. Nein, 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 lass, 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 lass. Ja, ich ble... Komm, jetzt! Lass mich halt wiederbeleben! Ja, okay, doch. Wo ist denn das Letzte? Wo ist noch eins? Äh, gute Frage, gute Frage. Ich seh grad keins. Da hinten! Okay, gut. Jawohl. Oh, scheiße. Komm, ich halte ihn noch. Komm jetzt! Wo, wo kommt denn jetzt wieder so ne... Ähm, da, oben ist meine. Ja, ich bin draufgegangen. Ah. Mann, äh. Ja, das geht mal schneller jetzt. Du wirst draufgegangen. Wow. Warte. So. Ich geb mein Bestes. Ja. Das war jetzt nicht das Beste. Tschuldigung. Oh, verdammt. Komm schon! Ich hab ein bisschen Ehrgeiz. Ja! Voller drauf. Au. Oh, fuck. Warte. Ja, ich halte ihn nach oben. Wo, wo kommt denn noch eine? Äh, gute Frage, gute Frage. Okay, vergiss das. Ja, mach mal's halt. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, das ist ja... Äh, wo bin ich denn? Leck mich, Tomat. So, da haben wir's geschafft. Zwar nicht so, wie wir wollten, aber machbar. Wir haben jetzt gar nichts gemacht. Gar nichts von den dreien. Oh mein Gott. Krokos down. Krokos down. Das sind wieder Krokodil. Ja. Ja. Also, eins und zwei. Ja, versteht sie. Ja. Cool. Ein Tempel im Wasser. Ich bin mir zwar sicher, es gibt hier irgendwas drum, was wir noch entdecken hätten können, aber nein. Eine Kanope, wir sind weit gekommen. Hoffentlich weit genug. Ja, man wird ja nichts geschafft. Komm, drücken wir weiter, ganz schnell. So. Ich sag nichts, es bedarf keiner. Oh, ich bin unten. Unten angekommen. Wieder komplett? Seh mal. Ja, warte, warte. Was denn? Ich hab dein Niveau gefunden. Nee, hast du nicht. Ja, es grinst von unten. Nee, hast du nicht. Ähm, da hinten ist noch welche. Im Eck. Warte mal. Vollidiot. Entschuldigung. So, hier ist doch irgendwo eine Goldtruhe, oder? Eine richtige goldige Goldtruhe. Da oben sind welche. Ja. Muss doch irgendwo eine Goldtruhe sein, oder? Na, da ist die goldige Gold, 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 Goldtruhe. Ja, wer ist sie? Letztes Mal hast du aufgemacht, jetzt bin ich dran. Ja. Da, 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 da. Ungewöhnlicher Ring. Ungewöhnlich für den Ring, oder? Echt mal. Feuerrate, Bombenradius. Leute, Verteidigung, Bombenradius, Tempo. Nur in der Kälte. Das ist scheiße, wir haben jetzt keine Kälte. Die werden auch immer altverheizreicher. Ja. So. Geh mal raus, oder wie? Natürlich nicht, ne? Ja, einsammeln, was geht. Ja, dann gib Gas. Hopp. Opa. Bisschen Respekt für das Alter, wenn ich bitten darf. Nee, gibt's hier nicht. Ausverkauft. Ein junges Ding hier. Da, 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 back to the reality. Oh, 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 die Friseur. Folterknecht? Yeah, wollte ich schon immer mal. Das haben mich auch schon ein paar genannt. Cool. Also, die bieten, eins muss man sagen, die bieten wunderbare Vorlagen für... Alter. Ah, deine Mutter wird zu Eis. Das hast du jetzt nicht gesehen. Da ist nichts passiert. So, wo müssen wir dich denn fragen? Ich habe gefragt... Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Das Eis hat eine Drücke gebildet. Kann man's kaputt machen? Kann man's kaputt machen? Schade. Wir kommen endlich weiter und an was denkst du? Kann man's kaputt machen? Fragen Sie mal die... 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 Die Verkäuferin. Ja. Äh, da oben ist ein Schädel. Dann mach mal ein Schild. Ah, ne, du bist drauf, oder? Ne, ich bin nicht drauf. Ne, geh mal hier hin. Das von hier aus. Oh, sorry. Hä, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Moment. Moment. Ach, da kommen wir hoch. Wäre natürlich ne Idee, aber dazu müsste ich erstmal hoch, warte. Ah. Hallo. Drei, zwei... Was? Was haben wir noch für Optionen? Unschieden. Hol dir mal's Power. Könnt's mal versuchen, hier drauf zu kommen? Könnt's nicht machen. Lol, warum gehen wir nicht hier rüber rauf? Weil wir dumm sind. Dumm wie ein Stück Brot. Echt wahr? Und scheiß. Boah, aber es sieht echt cool aus. Lol, was? Jetzt Marta... Was ist denn das hier? Das macht... Eisy Eis. Ja. Warte. Ja, okay, oh, gleich. Mal oben. Das ist... Jawohl. Ja, warte mal. Nein, nein, nein. Naja, ich geh wieder drauf, geh mal rein. Hol dir deine Waffen uptreten. Das ist Muni. Ja, Muni uptreten. Ja, Muni uptreten. Ja, Muni, Waffen und Zeug hier. Das ist mir... Oh, Leute. Oh. Was passiert, wenn ich da länger drin bleib? Ich sterbe. Warte mal. Komm, ich will wieder belebt werden. Wasser. Ja, wenn es nicht gerade Eis... Entschuldigung, ich dachte, du wärst schon weit. Wenn es nicht gerade Eis ist, wie kommen wir da hoch? Kannst du ein Ding machen? Ein Schild? Da, wo ich bin. Jawohl. Machen wir schon drei. Ist das der Richtige? Meinst du, das ist... Warte mal. Ja, genau, lass mal... Obacht, obacht. Ist das der Richtige, oder nicht? Ja, scheint so zu sein. Oh, fuck, ey. Ja. Oh, fuck, ey. Oh, fucking, ey. Fucking shit, shit. Shitty shit of... Shit, shit.